Schmetterlinge das Glühwärmchen eine Schnecke die Schnecke habe ich auch gefangen ob ich Schneckenragu machen kann aber die kommen wahrscheinlich zufällig trifft ich mit Perle trifft ich mit der Perle ok hier muss ich also drauf drücken auf die Stadt und dann kann ich da dann die auswählen jetzt muss ich magtisch richtig sachen verkaufen verkaufen aber die Schnecke war schnecke die ganzen tiere die ich jetzt gemacht habe zack Kapitel 1 abgeschlossen mal kurz was gucken ab der gepostet hier ja hat das funktioniert mit führer hat funktioniert super er zeigt es auch richtig an gut ok ok so jetzt haben wir hier noch kurz ist es ist man es war weiter geht's was was ich jetzt machen nichts zeigt was bett was jetzt ich das bett gehe habe ich wie so eine tageszusammenführung das erinnert mich so ein ding ist klar kabel 2 schau in deinem briefkasten ok mehr spieler spaß ja lokale spiel das so farbe farben kann man auch verwenden hier gestreute schriftrollen ja das sind die ganzen rezepte magischer unfug ok jetzt muss ich da hinkommen gut bin der lyric ok kann ich bestimmt noch mal aufwerten die ganzen werkzeuge verkzeuge verließfinde ok beziehungen ich kann romanzen führen warum sind hier mehr kerle als frauen mit freunde 1 2 3 4 5 6 6 romans kann nicht führen pire mädchen mädchen pepper mädchen nam marschall ist ein kerl check ist ein kerl galan ist ein kerl und agil ist ein kerl und agil ist ein kerl hat das etwas zu bedeuten das man eher eine frau spielt wenn man so wäre eine frau spielen ja naja was das hier mehr spieler haben wir noch mal auf platzliche inhalte habe ich schon mehr ist ja nicht fortschritt ah ich kann auch leveln das ist ja cool holzleistung wie viel level gibt es hoch also man hat schon ganz schön zu tun 20 level nicht schlecht cool cool auf jeden fall okay so dann gucken wir jetzt mal wo ist der da aus stadt nicht aussehen ist sogar schon gewachsen immer schön anheizen hier jetzt habe ich irgendwas auch mit magie oder sowas einfach quer durch die ganze bude wein doch nicht und nichts passiert muschel vom strand und dann aus marienkäfer meins meiner alles weg fangen kostet noch nicht mehr energie also ich kann die ganze stadt weg fangen das hier fällt arbeiten und ergebnis okay so mache ich geld mag die einfach hin wenn war ich geld und verkaufe eigentlich ich nur nicht die anderen strand war hier unten war das strand muss ich hier wohl vom strand die mische oder und liegt auch noch mal was für sich farben karierter teppich ok beim strand gibt es bestimmt auch sand sand dollar na das kommt aber bekannt vor sand dollar hier ist durch fischverkäufer oder sowas einfacher bretter zauber okay eine krabbe und ich die fang ist an kappe einfach alles mit dem es geht das hier tür ist verschlossen ok einfach seil zauern okay 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 hallo er schießt mich aber wieder raus was er saugt mich auch sofort ein also wird schwierig ok interessant so jetzt muss ich den da wieder was liefern gegrillte meeresfrüchte das heißt ich muss eigentlich wieder zurück schildarbeit kühle wo wie viel liegen denn hier teppich aber bären schwarz wäre was holzlappenzaun übungspuppe zielscheibe hier kommt bestimmt alles noch ok hier will er mich nicht durchlassen dann wieder zurück ohne biene auch nicht gehabt arbeitsbiene wo zeigt mir an dass ich voll bin ok ok so aber so Ja, 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 das ist ein Mal schon da. Das gibt es auch, hier gibt es über so eine, naja, Peridot-Siegel, sind die vielleicht zum Porten? Kann ich mir gut vorstellen, dass sie zum Porten sind. Okay. Äh, das werden wir erstmal alles hier reinpacken, muss ich sagen. Geht das nicht schneller? Stapel übertragen, ach, hier. Hier geht eine Muschel, das ist ein Ammonit, das ist hier eine Muschel, okay. Gut. Oh, der Krul wird langsam groß, okay. So, muss herstellen, stimmt, so, Herstellung, Miesmuschel, grillte Meeresfrüchte. Okay, Fisch kann ich auch. Aber einfach mal Fisch zubereiten. Einfach alles einmal durch. Okay. Da ist das Essen, warum kochte Beeren oder Fisch? Hier, okay. Gut. Ich bringe mir das zurück. Wo ist er hier? Der Alaric da. Oh, da liegt auch was drauf. Aha. Kopfsteinstraße. Oh, ein Frosch. Bam. Meins. Ach, Postträger. Der Postbote ist das. So. Was jetzt? Ansprechen. Hallihallo. Aufgabe. Aufgerbe. Was macht der hier? Doppel Post. naja schön und habe ich noch um vom strand die für alle gegrillte meeresfrüchte habe ich doch übergeben jetzt eben mein freund morgen die dorne mit alaric okay jetzt muss ich also einen tag sozusagen schlafen lehmweg schon einiges gesammelt sieht man denn wo das ist produktivität 20 prozent energie wieder herzustellen nachdem du ein tierchen gefördert das heißt sozusagen also fleißig sammeln damit ich den links okay gut ich würde sagen wie gehen wir zurück und obwohl können kaufen manchmal ist noch nicht so wichtig mit dem verkaufen aber wir können das hier alles schon mal entfernen damit platz haben für nachher damit nämlich noch energie haben können wir das machen baumstümpfe abholst das kann ich aber nicht abholzen ok okay click by me in einfach alles niedermähen es ist es 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 Das ist auch wichtig. Sammeln. Vielleicht kriege ich wieder. Denkst wieder zurück. Bisschen Energie. Ja, ich kann das schleichen. Okay. Der Baum ist auch zu groß. Oh, der zeigt mir sogar an, wann ich was essen kann. Okay, ist ja cool. Einfach alles abholzen. Gut, wir werden was kochen. Wird ja auch bald wieder dunkel, aber wir kochen trotzdem mal was. Tut alles schön simultan machen, das ist auch cool. Okay. 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 Nachtfalten. Cool. ein lachtfall da bekommen alle hier reinpacken nichts dran okay 15 energie sind nicht viel gut 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 nur umgruntes gemüt okay erschöpft da gibt es noch schmuckstücke gibt es auch noch da ich bestimmt noch nie nennen nachher schlafen 90 die 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 Zauberstapel kommt Das ist ja cool Was ist das? Oh, ich kann von hier aus auch im Lager zugreifen Okay So machen oder mit Okay Ganz viel Post Für Weilbuchtransportmittel zur Verfügung Bei einer Einladung erhalten Okay Triff Neo in der Nähe von Wellbucht Vergnügungspark Denken wir mal zu verkligungsparkt Ja, ich bin gerade aus der Nähe von Ich bin geradeaus Ich bin geradeaus Ich bin geradeaus Nö, süßen Kükelein. Hallo, Frosch. Alles klar, steig in seinen Mund und dann werde ich geportet. Magischer Frosch. Magischer Frosch.